alle liebe leute hier ist der franken andy und wir machen heute wieder mal ein tutorial wie ihr sicher schon gemerkt habt ist jetzt die neue hofbergmann ausgekommen und wenn man die neue den neuen patch von der karte spielen will also die neue version muss man einen neuen spielstand anfangen wenn man jetzt am anfang ist wie ich dann ist das vielleicht gar nicht mal so schlimm dann spielt man macht fängt einfach von neu an und beginnt das wieder halt ganz normal wenn ihr aber schon sehr viel gespielt habt und schon sehr viel erreicht habt dann könnt ihr natürlich diesen spielstand wieder herstellen importieren wie auch immer ihr es nennen möchtet das ist nicht ganz einfach das erfordert ein bisschen vorkenntnis und auch ein bisschen vorbereitung aber es geht also sachen wie silo bestände das was kann man relativ einfach anpassen die gerätschaften im spiel die müsst ihr natürlich kaufen und wieder an dem platz hinstellen wo sie waren das lässt sich nicht verändern in den dateien wo wir rumpf doktern ist immer sehr viel vorsicht geboten weil da kann ganz ganz viel kaputt gehen deswegen die wichtigste regel zuerst wenn ihr etwas verändern wollt macht euch eine sicherheitskopie davon ja egal wo ihr rumdoktert macht eine sicherheitskopie legt die beiseite und dann doktat dann oben und wenn es schief geht löscht schiebt die sicherheitskopie wieder rein und ihr seid wieder am anfang also dann starten wir mal als erstes zeige ich euch mal hier mein explorer oder mein ja mein ordnersystem ich habe mir hier ein paar ordner auf die schnellwahl gelegt ja das ist relativ einfach weil ich da mal hin und her springen also die wo ich angeheftet sind sind halt automatisch dann ihr das macht ihr klickt einfach den ordner an den ihr dort haben wird und auf schnell zugriff und schon ist sie hier das mal zum punkt 1 zu punkt 2 wenn ihr verschiedene oder wenn ihr sehr viele mods habt ihr mit verschiedenen spielern habt unterteilt eure mods ordner hier der ordner mods das ist immer der wo aktiv ist und alle anderen die kann man so benutzen wenn man mit mir mit jemand anders zusammen spielt ich habe jetzt einen anderen mod an die das habe ich gemacht um einfach die karten zu trennen und dann habe ich hier einen ordner bergmann alt ja das ist quasi die alte bergmann version und hier quasi schon die neue bergmann version drin so dass ich synchron auf beiden spiel oder auf beiden versionen spielen kann ja so wo wir dann rumdoktern wollen das ist im moment in den safe games weil wir wollen ja das den spielstand von der 1.0 version bergmann in die 1.2 er implementieren was habe ich denn schon gemacht ich habe die ganzen gerätschaften schon gekauft und habe die zum hof gebracht und jetzt möchte ich gerne die Füllstände im Silo noch anpassen und um die in die die Füllstände in den Stellen um man kann das nur bedingt anpassen zum Beispiel Mist geht nicht als es geht schon aber das wird als Prozent als Haufen quasi gewertet und wo das in den Datei ist um aber weiß ich nicht um wie ist es da relativ gefährlich denn um zu doktern deswegen lassen wir das erst mal weg so was ihr braucht um in den safe games möglichst gut zu arbeiten ist ein Programm das nennt sich Note++ und wenn ihr dann hier auf öffnen mit geht dann erscheint hier Note++ und das ist dieses hübsche Programm hier da habe ich schon mal und seit der Alter dann aufgemacht die wir brauchen dieses Note++ das ist ein ja IT Tool macht euch da keine großen Kopf darum wie gesagt wenn ihr hier dann umdoktert ganz ganz wichtig macht euch vor eine Sicherheitskopie denn wenn ihr was Falsches einstellt dann ist hürzfatz euer safe game short und wenn ihr es nicht gesichert habt dann ist es halt für immer so was müssen wir machen also wir haben einmal hier die Datei Items da sind quasi die ganzen Füllstände denn wenn wir mal hier ein bisschen unterscrollen dann kommt hier jetzt quasi Ente Typ Schwarz ja das interessiert uns jetzt eher eigentlich nicht ob die jetzt ein paar Eier gelegt hat oder nicht ist uninteressant so dann haben wir hier ähm ein paar Pferde das interessiert uns auch nicht weiter hier hier wird es interessant ähm Pig Type Rat quasi das ist unser Schweinestall und diese Schweine haben wir schon im Stall denn die habe ich schon gekauft ingame am Stall ne einfach aufkaufen wurden geliefert alles gut so hier kann ich den Güllestand einschreiben den ich haben möchte wir nehmen mal die Zahl 6666 und hier kann man jetzt noch das Wasser eintagen wie viel Wasser das im Tug dünn ist und hier unten das Futter ähm beim Futter schreibe ich jetzt einfach mal ich weiß gar nicht 500 das ist eigentlich auch irrelevant okay ähm Pig Food Maisen Sojabienen eins davon wird zusammengefasst ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher welches ähm ich glaube Schweinefutter und Mais und Sojabohnen steht einzeln ja das werden wir jetzt dann gleich sehen genau ich habe hier den Liquid Manure ist die Gülle quasi also die habe ich ein bisschen erhöht weil wir hatten ja am alten Stand ein bisschen Gülle und Müll Mist ich bin mir aber nicht sicher aber so 6000 Liter ist jetzt nicht die Welt und auch okay so dann was haben wir denn noch hier unten müsste doch ähm gleich unser Kuhstall kommen äh oh hier haben wir ne das ist der Schafstall den haben wir nicht äh ich muss auch mal nach dem das Silo Ausschau halten dass ich das gleich mal ah ja hier sind unsere Kühe so also da können wir einstellen also hier sind die Kühe die ich gekauft habe 30 Stück die habe ich alle in einen Stall erstmal reingepasst ähm nur damit sie mal drin sind verteilen tue ich sie dann gleich die Gülle habe ich hier schon mal auf 6000 Liter eingestellt das ist glaube ich okay Wasser ist auch okay ähm ähm hier da können wir ruhig noch mal ein bisschen mehr machen hier machen wir mal 1000 und hier machen wir auch über mal 1000 ein beim Futter das ist jetzt eher mal uninteressant aber wie gesagt wenn ihr hier richtig viel drin habt könnt ihr das hier einstellen ne das ist immer die Menge die dann drin ist ähm dry grass ist halt äh Heu ne ähm forage äh forage Klee ich glaube Klee dann haben wir Gas dann haben wir äh Clover Windrow weiß ich jetzt auch nicht und Silage ist ja klar na also wir kann ich auch jetzt auch eine Million reinschreiben da würden dann eine Million Liter angezeigt werden äh wobei das dann zu einem Fehler führt weil die Kapazität ist irgendwo ich weiß nicht ähm wo steht die Kapazität ich bin mir gerade nicht sicher aber das ist ja nur eine immer eine gewisse Grenze und alles was darüber hinaus geht würde dann zum Fehler führen so also das haben wir hier schon mal ein bisschen Futter angepasst ähm und die Gülle haben mit angepasst jetzt muss ich mal gucken wo ist mein Silo ich bin schon ganz unten an der Tatei dann wollen wir mal gucken wo ist unser ach hier das sind die Buying Station nö Buying Station nö das ist nicht unser aber die Füllstände könnten hinkommen FarmID 1 ja Storage Index Silo Placeable ID oh doch das müsste unser Storage sein ähm jetzt gucke ich mal ob ich noch was anderes dazu habe nö das ist auch nichts also man muss hier nicht alles drin verstehen aber wenn man ähm ein bisschen Hintergrund hat an den ganzen dann kann man hier schon ein bisschen was verändern typ 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 So, dann sind wir auch schon wieder ganz oben. Okay. Dann, komm. So war es. Hier war es. Okay, dann geben wir mal unsere Verkaufsbause. Hier habe ich es. Ich habe mir das ja abgespeichert. Oh, nur den Abs habe ich vergessen. Sehr gut. Weed hatten wir 25.333. Okay. Gerste 8.967 Liter. Arfa waren wir bei 12.473. Canola. Ist das Raps? Okay. Da muss ich selber mal gucken. Moment, da brauche ich einmal meinen Ordner hier wieder. Oh, habe ich jetzt das falsche geöffnet? schon der. Wo ist es? Hier. So, hier, ja. 39.000. Und dann kann man das gleich wieder schließen. Sonnenblumen 12.090 haben wir. Dann kommt Soja, 43.000 Liter. Oh, da hätte uns der Verlust wirklich richtig weh getan. Und Körnermais haben wir nur noch 9.804 Liter. Oh, das war falsch. So, jetzt ist es wieder. Gut. Dann speichern uns wir unsere Änderungen. Genau. So, den Geldbetag, den ändere ich dann ganz erst zum Schluss ab. Das macht man hier in diesen zwei Dateien. Und einmal haben wir hier oben die Carrier Save Game. Da steht hier unser Money drin. Das kann ich dann quasi manuell abändern auf den Geldbetag, den wir dann haben. Das wären 28.491. Das mache ich aber wirklich erst ganz, ganz zum Schluss, wenn ich fertig bin. Sonst, wenn ich noch irgendwas kaufen muss oder so, dann passt es ja wieder nicht. Und zum anderen müssen wir es hier oben noch abändern. Und genau. Hier könntet ihr auch den Kreditbetag eingeben, den ihr habt. Also, wenn ihr sagt, ihr wollt mit 15 Milliarden Kredit anfangen, könnt ihr es hier reinschreiben. Ich glaube, das wird zu übernommen. Wie gesagt, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur vorhin gesehen, dass es hier drin steht. Genau. So, wenn wir das haben, dann können wir jetzt mal unser Spiel, also wir müssen natürlich alles speichern, was wir geändert haben. Hier haben wir nichts geändert. Dann würde ich sagen, ich starte mal eben das Spiel und wir gucken uns das Ergebnis das an. So, da sind wir auch schon ingame. Also, schauen wir uns mal unser Ergebnis an, was wir denn, ob unsere Änderungen übernommen worden. Einmal gehen wir hier in die Silo-Füllstinde. Wie wir sehen, das ist auf jeden Fall die neue Karte. Und zum Vergleich ziehe ich mal unser Fenster mit ein. Wir hatten hier 25.300 Liter genau und 41.000 Liter Soja. Also, das passt alles. Sehr gut. Da hinten hatten wir nichts eingetragen. War ja auch nichts vorhanden. Aber das Schweinefutter das Schweinefutter muss ich nochmal gucken, wo das dann steht. Das waren ja auch nochmal ein paar Liter. Warte mal, wie viel waren das? 5.000 Liter. Mensch, die muss ich mir auch noch holen. Sehr gut. Ohne euch hätte ich das jetzt nicht gesehen. So, dann gucken wir hier mal bei den Kühen rein. Da haben wir nur was am Futter geändert. Ich kann auch hierzu mal wieder das Vergleichsfenster reinmachen. Wir hatten hier die Füllstünde auf 1.000 geändert. Das hat es natürlich zusammengefasst, weil Mischation, Gelage und Heu und Gras und Klee 1 sind. wobei ich glaube eins von beiden ist die Mischation. Forage oder ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Gut, und bei den Schweinen gucken wir da auch nochmal rein. Ja, hier unsere Gülle 6.600 Liter, das hat man drin, genau, und dann, da haben wir noch was geändert. sehr gut. Alle Änderungen sind übernommen worden, so mag ich das. Gut, dann sind wir auch schon durch hier. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne stellen. Ich versuche sie so gut ich es kann zu beantworten. Aber wie gesagt, in den Daten herumzuarbeiten ist nicht ganz ungefährlich. Ihr könnt dort eine Menge Schaden hinterlassen. Deswegen seid vorsichtig, was ihr tut. Macht euch reichlich Sicherheitskopien. Dann könnt ihr eure Daten zumindest retten, sollte etwas schief gehen. Ja, das war es auch schon wieder von heute. Ich hoffe, es hat euch wirklich sehr gefallen. Und ab morgen geht es wieder rund hier auf der Karte. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen was vorbereiten, die Schlepper aufräumen und so weiter und so fort. Und dass wir wirklich hier auf dem aktuellen Stand sind. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.